hallo youtube leute da draußen da sind wir wieder so heute sind wir mal in der nähe von oberhof am lützschestausee hier der wandelweg ist eigentlich relativ gut ausgebaut keine matschepampe und was haben wir heute sogar sonne sonne haben wir deswegen auch rötchen falls es nähe wieder so ein bisschen blenden sollte wo wir sind ganz genau und sowas zu zeigen wo ich dann nach dem intro heute noch mal das schöne wetter nutzen warum weil es morgen schneeregen gemeldet ist und es sollen wieder minustemperaturen werden ja und das ist ja dann ich halte was ich weiß nein aber heute ist wirklich erster sonnenschein deswegen haben wir gedacht wir nutzen das mal ein bisschen und die schlange finde ich dann zeigen wir euch noch ein bisschen was wo wir eigentlich genau sind können wir euch ja mal zeigen also weil ihr tut gut befestigt schiecheln weiter und wasser und sonne sonne also kaum in die sonne kaum in die sonne einfach mal genießen in die sonne zu gehen letzten tagen war das jeden tag nicht so viel rauschend und mal sehen wie sich das alles weiter guckt ja hoffentlich zum guten und dann bis mal weiter gucken mal sehen wir uns im Blick drauf oh wo wo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020